wie oft hast du jetzt schon gewonnen ich glaube ich habe ich weiß nicht wie viele kämpfe warten aber einmal dazu gewonnen und sonst habe ich den rest gewonnen ich habe schon mal gesteuert die komische wie so eine spinne oder so das ist eine sadistin okay eindeutig wenn jemand irgendwie so daneben stehen würde er wird irgendwie gar nicht kapieren wieso ich die ganze zeit am verlieren städtien darum als aber ist das denn auf den typ findet aber und ich habe keine ahnung und schott Schnell Daniel ist er! Hilft echt nur 1,2, Extreme und Brutalität. Vorrei. Vorrei. Okay, das ist echt irgendwie ein bisschen... Das ist echt ein bisschen mies, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mies, was fliegt denn deine Luft rum? Das weiß ich. Aber triff dich. Mein Gott. Aber sehr gut. Ich kann wenigstens was. Da liegt nur am Charakter. Richtig, richtig schrecklich. Ich glaube, ich habe jetzt hier... Ich habe einen Kryptonit gefunden. Ja, wollte ich mal sagen. Da geht jetzt nicht mein Kryptonit gefunden, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was mache ich denn da? War zum Teufel. War geil. Wie mache ich das? Das war geil. Wie gehts? Wie gehts? Wie gehts? Wie gehts? Was ist das? Wie gehts? Wie gehts? Wie gehts? Jetzt kommt sie. Ich verstehe es auch nicht. Wie gehts? geht meyer Boah, da geht die Fette, aber der Platz kaputt, eh? Die Sprengo! Boah, wie ich weglaufe, das Beste ist ganz schwer, ey. Kaputt, ich hab gewonnen. Das war knapp, aber diesmal. Ey, ich hab dich vernichtet. Das war ja der erste Kampf. Oh, sagen Sie immer, ne? A, C, C. Läuft nicht gut für den Gastgeber. Jawoll. Immer wieder diese, diese... Ich glaub, ich hab ein Auto gefunden. Geht es aus? Ich weiß nicht, weil es ist, aber vielleicht kann ich auch ein bisschen. Sure. W Hate it. Sehr gut. Zack! Zack! Immer wieder dazu h ply! Was? Was? Nein! Nein! Ah, du bist kaputt. Ich konnte meinen Kreisel des Todes hier hinkommen. ich meine die auf dem beinen die beine darauf wo ich auch nur die ganze zeit ja klar vor die ablenkung gibt es doch nicht mache ich dir macht irgendjemand immer wieder die selbe attacke oder ja und schon wieder getroffen der schotter kann auch nicht fassen und schon wieder verloren ich habe einmal zwei geben noch an der kaka wesen bekommen wir so alle charaktere zu sehen ja nicht gewinnt das wird nicht nehmen wir mal das hat ihn eben für nachhaltigen mit ja die sage koffer weiter von honda oder so dass die ronda weiß ich wo erläutig emil von der japanischen name salz ins gewicht kommen professionelle bei dem weil es wesentlich eine sache machen kannst und aus dem ring die man die 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 meine wohl für die arme da der f gatteling gang ich auch Ach, was? Oh, was? Kind, Alter, was ist das denn hier? Huah! Ah! Wie abgewehrt! Nein! Nein! So, der Fuß! Den klau ich doch wohl nicht! Oh, Mann! Boah! D-d-d-d! Ich muss erst mal wissen, wie ich mit denen hier umgehen soll, um den hier zu besiegen. Mit jedem anderen wahrscheinlich, ey! Seht doch, wie du spielst, ey! Wat? Wie, da wurde ich nochmal getroffen, ich hab Totenschädel überm Kopf. Ja, guck mal, was du es denn jetzt! Wenn du nichts hast, aber rein, gar nichts! Also, falls nach Planen! Überhaupt gar nichts! Ich muss die neuen Sicherheit wiegen! Das war rein, gar nichts abgezogen, ey! Einfach geduckt, was machst du? Warte, ich war lange Beine ab, das sind deine nichts gegen, ey! Du, 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 du! Boah, ich bin Arme, ich hab... Ich kann fliegen, na? Den hab ich auch noch keine Attacke eingesetzt. Oh ne, das gibt es doch wohl nicht, oder? Oh nein! So, wieder mal gewonnen. Sehr gut. Ich hab sieben Siege. Ich hab einen. Emanuel Honda hat gewonnen. Bäm. Mann, hab ich Hunger. So sieht auch aus. Okay, nochmal. Der Salz hat sich gestreut. Ich kann gar nichts machen. Warum? Warum? Warum kann der fliegen, ey? Gibt es da nicht? Wuff. 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 immer vom jahr und zuschauer die sich denken auch hier mein winter und sie denken auch ich habe gewonnen und knutsch dann fliegen greifen fliegen das gibt es dann gibt es da muss auch irgendwann können die 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 ja außer dat ja ja und kann fliegen nein verdammte nicht mehr vernichtet wo ist der lebensbalken noch mal ich kann seine untersehen möchte ich mich auch was wie wie ich mich doch und schützt doch ja kann ja auch und gewonnen ja 221 1 ist doch frei gibt es doch nicht spielst du nicht das play von mir der technik ist noch ein bisschen zu wünschen übrig immer auf sie oder so er hat meine unmögliche abwehr durchbrochen aber weg damit gibt es doch gar nicht sehr gut sie da noch ein bisschen knapp mal deine typen an den koffer jetzt ein ganzes geld auf mich gesetzt hey warum werde ich mal nur betreibt kann ich auch hier bei uns ich kann auch den ja den ja fliegen glaube ich wohl nicht mach doch irgendwann kann ich ja 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 warum kann denn nix danach können wir mal ein schnitt machen das gebe doch wohl nicht hat die bitte wohl nicht sagt okay ich glaube ich habe jemand das ist unmöglich gegen diese fette wucht anzug erinnert der part westes mit dem sieg von mir sehr gut man ich habe schon wiederum dann würde ich mal sagen wir machen wir den ersten schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten folge die wahrscheinlich auch noch folgen wird danke fürs geschaut und tschüss